Was ist das denn für ein Rauch? Okay, los geht's. Tür auf, Tür auf, Tür auf. Dankeschön, 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 Tür auf, Tür auf. Okay, eigentlich sagt ihr ja bloß, wir sollen uns scheiße beeilen. Okay, ich lauf jetzt zuerst mal rechts. Irgendwie hab ich da ein gutes Gefühl bei. Danke für den Tipp. Danke. Ähm, mach ich das nächste Mal. So ein Arschloch. Hätte doch wirklich zwei Minuten früher sagen können. Aber ich wette, da hinten ist was. Wenn da so eine Falle ist, dann ist da bestimmt was. Go, go, Power Rangers. Äh, ja, ich kenn die Sequenz mittlerweile. So, los geht's. Oh ja, man sieht ihn, du Art. Wieso ist da nichts? Ah, hier geht's weiter. Äh, 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 äh. Und wo ist der Käsekuchen? Jetzt hat... Wo ist der Schmarrn? Ach, geh doch durch, du. Das ist ja voll der Geschmarrn. Wo ist denn das? Ich bin wieder voll dran vorbeigelaufen. Vielleicht muss ich da einfach nur zur richtigen Zeit durchlaufen. Ich muss das abpassen, wann da vielleicht aus ist. Das sieht aber nicht so aus, als wäre da jemals aus. Wieso habe ich da drei Minuten für Zeit? Und wo sind diese dummen Dinger? War ich schon in der Mitte? Ja, eigentlich schon. Vielleicht ist da noch was. Offenbar nicht. Irgendwo hier muss das doch sein. Also erst einmal Licht an. Ach, hier ist die ganze Grütze. Ah, okay. Ich habe schon mal eins. Damit schalte ich jetzt hier hinten aus. Oh, nee. Nee, 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 nee. Ich hasse diese Rätsel. Das sind die schlimmsten Rätsel, die es gibt. Ey, solche verdammten, dummen Rätsel, ey. Wie soll man das denn so schnell schaffen? Okay, ich habe nur einen Stromverteiler. Das finde ich schon mal ziemlich unsexy. It's not sexy. Okay. Der hier braucht noch Strom. Das geht so. Und der braucht noch Strom. Das geht so nicht. Doch, so. Ah, der braucht noch Strom. Aha! Aha! Genius! Oh Gott. Ich sollte mal ein bisschen in meiner Kopfstimme arbeiten. Jetzt kann ich bestimmt auf die andere Seite. Aber ich wette schon, dass ich jetzt zu wenig Zeit habe und das Ganze nochmal von vorne machen muss. Jetzt weiß ich aber wenigstens, wo ich hin muss. Äh, wieso raucht es hier immer noch hier? Was ist denn das für dein Schmarrn? Wie kann man denn das... Hör auf zu rauchen. Rauchen ist ungesund. Ah, hier. Vielleicht nicht lang. Und hier irgendwas finden. Stehe massiv unter Zeitdruck. Und habe keinen Plan, was ich machen soll. Vier Minuten. Okay, vielleicht können wir uns noch in Deckung begeben. Hinter den Fernseher. Jetzt fast geschafft. Wie kommt man da durch den scheiß Rauch durch? Frage ich mich. Ersätze Sequestion. Vielleicht muss ich draufschießen, aber das glaube ich nicht. Geh auf, du Tür. Bla bla, laber mich nicht zu. Oh ja, die Sequenz kenne ich. Upsala. Gut. Also, erst mal rechts rum. Dann geht es hier gleich nach links. Da ist schon mal ein Kuppler. Und auf der anderen Seite ist nichts. Okay. Dann lösen wir schon mal dieses Rätselchen. Weil es uns ja so viel Spaß bereitet. So, ich denke mal, das geht so. Wieso ist das? Ah, so. Äh, da, 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 da. Hm, hm, hm. Hm. Ah, da oben ist noch einer. Diesmal habe ich ein, ein Stromdingsbums mehr. Hey, ich sag euch, mir schlottern die Knie, das glaubt ihr nicht. Yes. Eine Tür offen. Wie ich die andere Tür aufbekomme, weiß ich noch nicht. Aber ich werde bestimmt, werde ich bestimmt gleich rausfinden. Ich sag gleich, höh, höh, what's your step? Hö, höh. Da muss man ja doch eigentlich gar nicht jetzt lang, oder? Da ist ja auch gar nichts. Jetzt habe ich im Prinzip, höh, jetzt laufe ich wieder darum, diesen Raum komplett durchsucht. Jetzt frage ich, wo, ja, wie ich dieses dumme Ding da, kann ich jetzt hier vielleicht schon so ein bisschen durch, zur Hälfte durch. Weil ich habe ja auch die Hälfte der Dinger schon gefunden. Ich habe das Blinken gesehen. Ah, da, da ist ein Wiel. Da ist ein Wiel, Wiel, Wiel. Ich muss da rechts, 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 rechts. Wie kommt man da hin? Oh, vielleicht mal Taschenlappe anmachen. Äh, wie ätzend. Was für ein ätzendes, dummes Rätsel. Ja, schon klar. Ah, ich habe noch eineinhalb Minuten Zeit. Das dürfte schaffbar sein. Oh, ich habe vier von den Dingern. Das ist schön. Ich werde erst mal ganz ruhig anfangen. Okay, das ist ungefähr... Nee, ist doch nicht für den Arsch. Aber lang. Hier machen wir so einen kleinen Verteiler hin. Der verteilt die... Den Strom. Und jetzt lauf wie ein Löwe. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Lauf wie ein Löwe. Lauf wie ein Löwe. Nicht wie so ein... Tarzan. Ich wollte nicht Schwuchtel sagen. Ich wollte Tarzan sagen. Komm her, komm her, du Schwein. Schweinchen Babe. Komm noch her. Ja, lass mich durch. Ein seltsamer Kerl. Offenbar ein Masochist. Er will Schmerzen. Die kann ich ihm geben. Obwohl, nein. Ich bin ja ein lieber Mann. Ah, Hilfe! Okay, ich sehe schon mal den Ort, wo ich es einsetzen muss. Alter. Warte, was habe ich aufgenommen? Ich glaube, ich habe es. Okay, habe ich doch nicht. Oh, super. Ganz nah dran war es. Ja, typisch. Okay, das sollte einfach zu machen sein. Oh, maybe not. Äh, was für eine Glocke ist ticking? Hä? Was ist denn los? Was ist denn los? Warum ist denn auf einmal so ein Stress? Okay, da muss noch so ein Ding drin sein. Äh, wieso ist hier immer noch dieser dumme Rauch? Ich dachte, ich habe den Rauch weggemacht. Okay, da drin muss irgendwo noch so ein dummes Ding da sein. Was ist denn? Ist das zwei Türen? Nein. Ah, Mann, 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 Mann. Es ist ein Stress. Es ist unglaublich. Ich hätte jetzt gerne mal ein Mittagessen oder so. Ah, stimmt. Damit macht man das ja aus. Komm schon, dreh dich, dreh dich, dreh dich, du Stück. Da soll noch mal einer sagen, ich kann nicht gut mit Frauen umgehen. Das ist ja alles doof. Ne, das sieht gut aus. Komm schon, komm schon, dreh dich, dreh, 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 dreh dich. Yes. So, der Rauch dürfte vorbei sein. Jetzt kann ich hier in Ruhe alles durchsuchen, oder? Ich gehe mal davon aus, dass ich hier in Ruhe jetzt alles durchsuchen kann. Warum tickt da immer noch so eine dumme Bombe? Und mir fehlt so ein Kuppler. Und hier ist eine Fuße. Alter, das wird mir jetzt gerade echt zu viel. Ich habe noch fünf Minuten Zeit. Geh jetzt einfach mal auf die andere Seite. Mir reicht's. Erstmal heil, 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 die Segen. Äh, heil, 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 die Segen meine ich. Nicht heil, 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 Hitler. Heil, 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 die Segen. Hallo. Okay, da ist offenbar nichts. Ja, da kann man durch. Ah, ich bin doch doof. Eine wertvolle Munition hier verschwenden. Alter! Nein, nicht dieses Rätsel. Ja, das wird nichts. Das wird nichts, das wird nichts. Nein! So ein Scheiß. Ne, jetzt war ich nicht von Anfang an, oder? Oh! Das ist der Wahnsinn. Okay, also wo bin ich zuerst rein? Ich bin zuerst da rein. Dann dahinter. Ich bin zuerst da rein. 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 Hi, die halt. Wo ist die? Ah, die war doch hier, ne? Ja, genau. Ähm... Sieg gut aus, sieg gut aus, sieg gut aus! Sieg gut aus! Okay, ich hab's ein bisschen überdreht, aber ist ja wurscht. Okay, ich muss hier offensichtlich wirklich schnell machen. Was ich jetzt auch mal so, hm, pauschal versuche. Wo hab ich denn nochmal dieses andere Dingenskirken gefunden? Womit ich das da aufgemacht hab? Wo hab ich denn das gefunden? War es auch in dem Raum? Leute, Leute, ich weiß es nicht mehr. Die, die ich noch nicht durchsucht habe, die blinken, ja, glaub ich. Das heißt, die dumme Fuße. Hä, wo hatte ich denn das damals gefunden? Vor zwei Minuten noch. Alter, das geht mich jetzt auf grad eben. Die hab ich doch alles schon durchsucht. Da hinten irgendwo? Nee. Hier ist doch auch nichts. Alter! Alter!